Ah ja, wunderbar. Jetzt geht's. Leo, bist du im EOTU? Gut, ich nehme auf. Otto ist tot. Oh, gut, ein Problem weniger. Okay, das passt schon mal. Was aber, wenn du bloß noch Leo? Ich hoffe mal, dass es überlebt ohne Dog-Tags. Versteck bitte deinen EOTU-Worten vorne. So, probier's aus, Leo. Wir sind unten. Und jetzt einmal... Nein! Jawoll! Ohne Dog-Tags. So, sag an, Fabi. 1290. 1290. Oh shit, ich hab ein Bild drüber. Ja. Oh man. 429. 397. 9, 3, 9, 7. 6, 4, 8, 9, 7, 9. 6, 4. So geil. Hat's funktioniert? Ja. Jawoll. Echt? Ja. Junge, Fabi, ich komm auf und wir fängts von an zu lecken. Alter, irgendwer hat das Dog-Tag gefunden. Ich... Ich hab nix gehört. Irgendwer hat das Dog-Tag gefunden. Es kriegen alle nichts aus. Hier, Leo, du musst doch hier hoch. Leo, du musst hier hoch. Achso, da hast du schon aufgehoben. Ne, hier oben. Ohne Dog-Tags, wie er lichtest du denn bitte? Achso, okay. Gut, dann. Wir brauchen dich eh nicht, um runterzukommen. Ich brauch den Scheiß-Bogen. So, Philipp, du bist dran. Ey, ohne Scheiß. Ich join grad auf dem Server. Und auf eurem so richtig in Zeitlupe. Der ganze Bildschirm. Ich häng dir. Nein! Der ist jetzt wieder is, Alter. Oh man. Das wird der Hit, wenn man das hochletzt. Schoko, kommst du doch auf? Äh, Leo, das wurde ich schon drauf. Ja, dann komm mal. Ich gehen alle mit EAD fort rein.